Musik Namaste, welcome to Manatee V Thelengana Guru Kula Vidya Samisthal Lowe Udhyogala Kaya Preparat Naam Phrithal Kosaam Manatee V Thelengana Prathiroz Nirvahasthan Special Program Kee Swagatam Iwalti Manatee Subject Indian Constitution Iwalti Manatee Topic Local Self Governance Iwalti Manatee Subject Expert Deepika Reddiger on the study on the subject If you have to explain the question about the doubts screen reader from the program in the show I will clarify that Iwalti Manatee Subject Namaste Local Self Governance Iwalti Manatee Subject Indian Constitution Iwalti Manateeem Iwalti Manatee Subject Indian Scrolls Iwalti Manateean Local Self Governance Iwalti Manatee Anheem Iwalti Manatee Abajo Iwalti Manatee vivi Darwath hier eine municipal roundtable hat, dann wften wir auf den einen zwei Fragen stellen. Und bei diesem Gebäude ist unsere erste Municipal Corporation. Die Frage questions sind piegad. Und dann abonnementale Dream von Delhi. Weil wir festen und in der anderen Frage stellen, wir haben viele aluminum, diese Frage Khäupten, und dann haben wir die Districht-Collector-Office. In Fakt, hat die Districht-Administration gestellt. Und dann ist der Districht-Office, auch welche auch die Districht-Collector-Office haben wir beide nächstes. Es ist nicht so, wie es ist, wie es ist, wie es ist. Die District Collector's Office ist nicht so, dass ich die Governor-General of India immer. Es gibt die zwei Fragen. Aber auch, die Local-Self-Government ist ein ganzes Konzept in India. In fact, die Panschheit ist die Pansch. Die Pansch 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 ist die Pansch. Das funktioniert nicht so, wie es ist, die Überdebatten nach ihrer Welt evolved. In den Medivialen werden die Beantwortung oft über den Lauf-Self-Governmenten. In der Modernen Medien. In den Britischen Kala, haben die Ideal des Boslesen, die Problemen der Lauf-Self-Gervenen in British-Le costs. Wie sind die Themen, die ich in diesem Bildung auf die Backgrounds dargestellt? Was ist das Thema in diesem Bildung auf die Backabend? Als ich in der Lauf-Self-Government in Indien ist, sah ich als Major-Contribution bei Lord Rippen, war die eine weitere clothine Lauf-Self-Governmenten. Lord Rippen ist, wie er der Vater der Lauf-Self-Governmenten in India haben. So, das ist, dass wir heute hier ein paar Fragen haben, die Fragen haben. Dann, die nächste Frage ist, dass die Local Self-Government in diesem Liste steht. In India, es gibt es eine Central-Government und eine State-Government. Es gibt es eine Union-Liste, es gibt es eine State-Government. Es gibt es eine Central-Liste und eine State-Liste. In der 1919-Government-of-India-Act, die Local Self-Government in dem Transferred List steht. Wir haben die Unternehmen mit allen Subjekten. Die Unternehmen gibt es für verschiedene Probleme. E.g. Agriculture, Defense, Internal Security. Das sind die Unternehmen in Polite. Die Subjekte sind in 2019 zwei Liste. Das ist eine Reserve und eine Transferred List. Das ist in 1919, die Local Self-Government in dem Transferred List steht. In 1935, die Transferred List steht in der Provincial List steht. Die Provincial List steht in der Constitution, die in der State-Liste steht steht. So, das ist auf der Date, die Local Self-Government in der Subjekte steht steht steht. Das sind die Background-Detail, das sind die Factual-Information. Das ist die Frage, dass es in den Fragen gibt. In der Post-Independenz ist, die Local Self-Government in Indien ist, Es gibt verschiedene Komitees, die die Komitee haben, die die Komitee haben, die die Rekommendationen haben. Das ist alles in der Constitution. Das ist, dass die Lokal Self-Government nicht in der Constitution. Das ist, dass die 73rd und 74th Amendment nicht in der Constitutionen ist. Das ist, dass das die Begründung für die Begründung ist. Das ist alles in der Zeit. In 1952, die Lokal Self-Government-Post-Independence-Evolutionen ist das erste Schritt für den Community Development Program. Das ist 1952. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist sehr, sehr wichtig. Wenn die Community Development Programme ist in India? 1952. Das ist, dass die Lokal Self-Government-Signifikationen ist. Wir haben bereits zwei Levels. Das ist die Central-Level und die State-Level. Das ist auch die Lokal-Government-Village-Level. Das ist die Lokal-Government-Evolutionen. 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 in die Balwantraai Mehta Committee. Die Committee Recommendations anugunange, local self-government draft first state launch in India, Rajasthan. Hier ist auch 4 Jahre. Which state has launched local self-government or PRI institutions for the first time in India? Rajasthan. Second state, AP. So, first state is second state important. First Rajasthan, second AP launched in 1959. In this slide, this question is important. Then, next important committee appointed in 1977, Ashok Mehta Committee. Ashok Mehta Committee Asok Mehta Committee government A party in 1976, emergency, Indira Gandhi Government and Janta Government. Ashok Mehta Committee appointed as Janta Government. Asok Mehta Committee important recommendations most important recommendation local self-government three levels two levels of government Mandal Panchayat undali Zilla Parishad undali which one of the following committees recommended two tiers structure for PRIs in India. It was Ashok Mehta Committee the only committee to recommend two tiers structure for PRIs in India. So, Ashok Mehta Committee has some important recommendations like reservation, open participation of political parties and auditing of accounts and such significant recommendations. because of this because of this the first time in 1959 the first time formal and legal established institutions in 1970 reached a stagnation point in 1970. there are many reasons and there are many important reasons that that particular village or village head that village has been elected to the village and the power has been concentrated and there is no chance and there is no chance are interested in the PRIs the people have the interest in the village and the Asok Mehta Committee explains it. They have to participate in the initial political parties in the PRI elections in the warden the other part of the strengthen the government the government 넵но with the powers as we have a better because they have to be solved therefore therefore the whole MLA and MP are bigger so central government is均 Das ist die Ruling Party der Ruling Party. In 1986, die Ellen Singhvi-Kamitte formen. Ellen Singhvi-Kamitte kai sammh dienzi gude, the first usual ghaadi ke question was a government form jesindhi, a government appoint jesindhi, Rajiv Gandhi government appoint jesindhi. E committee on the revitalization of PRIs for democratic development. So question eladuutar ante who was the chairman of the committee on revitalization of PRIs for democratic development. Anweser should be Ellen Singhvi, it is a question. Second most important question in this committee is, Ellen Singhvi's committee is, if you need to implement PRIs in uniform and strengthen it, it is compulsory constitutional status. So the question is, which of the following committees recommended constitutionalization of PRIs in India? It was Ellen Singhvi committee. This is the most important contribution of Ellen Singhvi committee to PRIs. The important recommendation is, Grams Sabha, Kampal Sariga, Stapin Chabadali and the Ellen Singhvi committee recommendation. So these recommendations are based on PRIs in constitution. So usually the question is, on the basis of which committee's recommendation PRIs were included in the constitution. Malli dan kanser, Ellen Singhvi committee. So as far as local self-government is concerned, these three committees are very important. Balwantarai Mahitha, Ashok Mahitha, Ellen Singhvi committee. Which of the following committees is not related to local self-government or did not recommend on local self-government? So the committee names and then the AER established the important recommendations in the AER, those three important recommendations are available in the world. The chances are not available in the Guru Kulam. And then next is constitutionalization of PRIs. The meaning is that the PRIs in constitution include the PRIs in the constitution. And the first Das ist das, das ist das Rajiv-Gandhi-Garment. So, das ist das, für die erste Zeit, dass der erste Zeit, das ist das Rajiv-Gandhi-Garment. Rajiv-Gandhi-Garment, das war der 64th Constitutional Amendment. Aber das war nicht so. Und das war der 2nd Attempt, das ist das V.P. Singh-Garment. V.P. Singh-Garment, das war der V.P. Singh-Garment. feiner Besidee von der V.P. Singh-Garment, das war die größte Ebene zu 1946. Das ist die B-Gandhi-Garment-Garment. Die Tritte und die Verkommeldung, Diearin, das war der V.P. Singh-Garment, war er die Ein Ulrich-Garment-Garment aufgerufen. die R-JAS-A-S-Garmenten für die beiden Standorten die V.P. Singh-Garmentび die V.P. Singh-Garment-Garmenten. die V.P. Singh-Garmenter hat das auch wichtig. Die Gesellschaft in diesem Deutschland-Garment, die V.P. Singh-Garment-Garmenten, und die Bille nir introduce ishindi. Daan ni 73rd Constitutional Amendment Act laaga pass jai saran maata. Aitthi adhi force lo kochshindi maathram 24 April 1993. Eroj hu manam ho 24th April every year we celebrate it as Panchayat Raj Divas in order to commemorate the constitutionalisation of PRI is a chala chala important. 24 April roje edhi enforcement kochshindi kaabatti 24th April ni Panchayat Raj Day laaga celebrate jai skundam. Aitthi government constitutionalize jai saran dhi aansar pv narasimha rao government. A year 1992 lo introduced jai indhi kane effect lo kochshindi maathram 24th April 1993. Dhin tharwaad next constitution ki sambandhi inchi PRI is ki sambandhi inchi provisions constitution lo ekkad ekkad unna hai. First PRI is ki sambandhi inchi provision article 40 kinda unndi. Iti edhi ee maanndu dhante state government compulsory ga Panchayat Raj institutions ni establish ee aali anandu dhi. E provision ni chala chala saa ladhi gairoo article number important content important. Tharwaad next important question ee maadu gatshu hoan dhe local self government a list lo onna subject central list ah state list ah concurrent list ah lai th residue subject ah haitthi dhini kaansar maathram statelist local self government a midha law jai se rai te state government a kundhundi. So adhi statelist subject. Tharwaad the next provision lho PRI is ki sambandhi inchi indhi 73rd constitutional amendment act 1992 anthe dhini through valen jai saran. Question selaad utar anthe 73rd constitutional amendment act 1992 added which of the following parts to the constitution part 9 adjaisindhi. Which articles were added? Articles 243 to 243 O, 243 A, B, C, D, E, F arla 243 O var eke adjaisindh. Tharwaad the which schedule was added to the constitution by the 73rd amendment 11th schedule was added to the constitution. Aitha 11th schedule lho 29 functions anthe PRIs ki assign jai galgi na 29 functions ni list jas thar anmaata. So maamul ga general ga questions alaadu thar anthe which of the following schedules list the powers and functions related to PRIs illa aguda aadigo chhu. So ee mūdu baaga important part 9 articles 243 to 243 O, 11th schedule ebhi baaga gurthu bitko aali. Schedule 11 in i nthak mundhu jappi naattu 29 powers and functions unta ayan maata sanitation primary education illa 29 powers and functions evaitha PRIs ki state government assign jai galo utta dhu. Aab anitni schedule 11 lho list jas thar. Tharwaad the next thaliyy aal sundhe een tundhe constitutionalization of municipalities. Nani idhi jappi e mundhu asal panchayat ki municipality ki teda ayan tii. Aan tii rural area ki urban area ki teda ayan tii. Ela define jastham urban area ni. Rural area nundi urban area ki differentiate jayet karan ki kundni parameters unta a constitution lo nho adhe parameters unta a general ga nho adhe parameters unta ayan tii. First parameter ayan tii. Population. Aan place population enta. Population density enta. Population density enta per square kilometer enta mandi unta aru. Dhani population density enta. So population, population density ira undu consider jastham. Tharwaad the next change use thar aan tii. Aan area lo non agricultural activities lo enta percentage employe ai unna aru. Aan tii. At least 70 percent of people in that area should be employed in non agriculture and allied activities. E dhanna gao chukana non agricultural activity employment unta ali. Tharwaad the next change use thar aan tii. Akkadal generate aaiye local taxes. Kundni taxes ni manam local self government ke assign jastham. Like manu state lo joustham. Professional tax. Ani andharu salary draw jese waala andharu professional tax karthar. Professional tax is collected by the municipality. Alaa ila anti taxes intergenerate aithun na yoke eriyalo. Tharwaad the future scope of development ala ondhi. E parameters mida the urban body a rural body a anna di decide jasthar. Kundn finally dhani declare jese di maatram ante urban local body idhi and declare jese power maatram governor ki maatram mein unta undi. Hithi chala important who declares an urban local body ledha who declares an area as municipality or municipal corporation and adi gina ppudu the answer should be governor. Haithi constitutionalization of municipality is good a constitutionalization of PRIs ki similar gaane unta hai. Nagarpali ka bill anna di first time Rajiv Gandhi government 1986 7 lo introduced jese di. E bill ni pass jese leka baiya aru. Tharwaad the next attempt dheni constitution lo include jese di V.P. Singh government. Kanni V.P. Singh government savai vabba leidhu dhani include jese di. Tharwaad the malli next attempt icche indhi maatram P.V. Narasimha Rao government. And in successful attempt they introduced a bill called municipalities. that bill ni 74th constitutional amendment act laaga passed jese haru. And it came into effect on 1st June 1993. E dates important. 24th April gaani 1st June gaani aadige chances unta hai. So 1st June 1993 ki municipalities anna kutta paart ni constitution lo effect lo kuch shindha di. Tharwaad the next constitution lo municipality ki sambandhi nch na provisions e in te ente. 74th constitutional amendment e provisions na adjee sindhi. Municipalities ki sambandhi nch e inka bera e provisions le vandhi. PRIs ki sambandhi nch e DPSP lo kudha provisions unna hai. Aittho 74th constitutional amendment part 9 e ni adjee sindh. Usual ingko ko common question e maadu thar ante. What is the title of part 9 e? Endi kanta urban local bodies anna chala mandhi anta aru. Kani urban local bodies anna word constitution lo mentioned hai le dhu. Part 9 e ki title lli municipalities. Dantlo articles 243 P to 243 ZG unta hai. Malhi schedule 12 same schedule 11 lo yala 29 functions related to PRIs adjee saro. Schedule 12 lo 18 functions related to municipalities adjust thar. Schedule 11 guruthun da ali 29 functions guruthun da ali schedule 12 guruthun da ali 18 functions guruthun da ali. Questions illa guadu thar. Which of the following was added by the 74th amendment or was not added by the 74th amendment or was not added by the 74th amendment. So, part 9 e schedule 12 rondu guruthun da ali sussun. Then thar waad the next step. Ippudu manamu part 9 provisions lo ke althun namu provisions choos te vaattini broad ga two categories kindi divide jaas thar. Compulsory provisions wo katti voluntary provisions wo katti. E division ki main reason ainti ante. Konnhi provisions ni state government is mandatory ga follow up wali option leedho. Kani konni provisions is state government ishtam. Tana implement jeeo choo implement jeeo choo. Tana ki choice unta unta unta. Endu kila bittay roo. Endu kandhi local self government ane dhe state list loo unna subject. Actually joos te daani midha complete law jese right gaani state government ki maathra mein unta. Alaani state governments ko dhleeshte oka uniform structure lehe kundha. PRS ni baaga week jese sar. Andhikane daani constitution loo include jese. Konnhi provisions maathram compulsari baatti meeta vanni state government discretion ko dhlees sar. State government decide jese provisions ni manam general ga voluntary provisions anta mo. Aitthi impur compulsory provisions ainti. idhi koda question lag aadu goccho. Which of the following is a compulsory provision or not a compulsory provision. So compulsory provisions guttu bethku nte palag saripo uttundi. First important compulsory provision ainti 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 constitution of gramsaba. Aitthi gramsaba ekkad undali. Prathik gram panchayat ki oka gramsaba undali compulsory. Gramsaba ainti ainti. Chala chala saalu chala exams lo ainti 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 ainti. Who will be the members of gramsaba? are villages are are penchayat lo aundi aandharu villages are are penchayat lo aundi voters are itlaniani options yishtharu. Oka gram panchayat lo woat jese right unde waalandhan ni gram sabah lo members lloh members an aintam. Voters of a gram panchayat will be the members of the gramsaba. Gramsaba is very very important. Gramsaba ni manam moolas thambam und die Cornerstone of PRIs. Das bedeutet, democratic devolution of powers. PRIs, man spricht, zwei concepts. Decentralization, und devolution. Decentralization, zwei power centers. zwei branches exist. zwei branches, andere branch, das ist die. Decentralization, division of powers. Devolution of powers means, one unit, one unit, one unit, the main aim of PRIs in Indian constitution is devolution of powers. For example, Hyderabad roads, the responsibility of GHMC. One power is state government GHMC. the main state government is responsible for that function. The devolution of powers and devolution of powers is perfect in India. Gramsaba is crucial. Gramsaba is crucial. Gramsaba is done in Gramsaba. That village is responsible for the responsibility of the government. The responsibility of the government will be responsible for the government and the government's responsibility. for the members of the Gramsaba. One decision after the government to implement the government's rights as well as the government and the supervision and responsibility is responsible for the government. Because it is important we call it as the embodiment of direct democracy. Andeh, India lho indirect democracy und da nn meaning ehen tta andeh, okk sari representatives ni elect jeskoon te, that representatives man badalu gah decision dzieskoon te aru, andeh manag nuchchi na nuchakpo yinna vahla decision manag paatstham, dhanni representative democracy entang, kan direct democracy lho ae maiot idda andeh manam representatives ni ennu koon te amo, at the same time, vahla dheskoon te prathita decision lho mana rool unda andeh, for example, vaali ppto kutta law propose jesad, a law nee, approve jaya Das ist direkt Demokratie, direkt Partizipation in Decision-Making und Law-Making. Das ist direkt Partizipation in Decision-Making, das ist in der Gram-Saba-Level. Das heißt, direkt Demokratie ist implementiert in India, in which of the following levels? Und zwar ist es implementiert nur in der Gram-Panchayat-Level. Dann, tharavat, next important main compulsory provision, anisite compulsory ga, prathie state lo, PRI anna pundu, that lo, three levels unnda li. Gram-Panchayat, Mandal Parishad, Zilla Parishad. E three levels compulsory. Dann, tharavat, next time anisite, e three levels lo, members unnda aru, chairman unnda aru. Members ni maathram, director ga eadnu ko badutta aru, anisite people will choose the members in direct elections, alage sarpanch of a gram sabha will be chosen directly by the people. Then there were the next compulsory clauses related to reservation, either reservation low first women, women relate women ki enth reservation ibwale, minimum 33 percent, minimum anna word chala important and the kante kunni states lo, local self-government lo, women ki 50 percent undhi, 60 percent undhi, kani constitution imant undhanthe minimum slot 33, mire bhi 33 ni mincche enthanna yivwaj shukakakpoothu 33 compulsory, tani thar wathe SCST gude compulsory reservation ibwale, aa reservation ki basis uchshese population, ibhi compulsory provisions, next compulsory provision enthe tenure of 5 years, oka fixed tenure of 5 years undali compulsory ka PRS ki, ma na me eppudu tenure 5 years anna ppudu usual kaadi ke question enthe next elections tenure complete ayak undala, complete gaakam undala, dani kaanser next elections kompalsari ga tenure complete ayak e lope undala, bithin say, before the completion of tenure leedha, oka wehla manam disel chees unte, PRIs ni dissolve jees unte, aa dissolution ayana 6 months lopu val elections ni kandag jiayale, tani thar wathe baaga adhi gine question is, seventh point chala chala important, what is the minimum age to require, required to contest in elections in India anna adugute 21 years anndi kaante, local self-government elections lo member laga gaani, sar panch laga gaani kandas jayal anthe, aa person ki minimum 21 years complete ayak undala, complete, 21 years running unte gode disqualify ayak undala, 21 years complete ayak undala, dhar wathe next important provision enthe constitution of state finance commission, state election commission, state election commission, annadhi i nthak moonu puh lehkunde, 73rd constitutional amendment act ochchin, thar wathe ne, state election commission appoint jaysar, state election commission ki sambandhi inchi students ki daliyals na details ayak undi ante, ii state election commissioner ni ever appoint jaysar ho, state election commission constitution prakaranga, governor appoint jayabhadtar, so, governor appoints the state election commissioner, ee state election commissioner, responsibility ayak undi, main responsibility of the commissioner is to conduct local self-government elections, then thar wathe next question, ever thesis thar, oka vela thesis yals usse state election commission, ever thesis thar, appointment governor jays thar, okaan thesis right maathram ho, president kundhundi, oka vela president thii yali anu kundhe, compulsory ga, parliament approval oustam hoon tundi, ee question chala important, chala saal haadu thar, indi kandha appoint jaysay di vera authority, thesis yadi vera authority ga abatti, appointed by governor but removed by president, aadhi state election commission, thar wathe state finance commission, finance commission main role india alo eehnta ante, center is state unna ppudu, center kii state kii unna financial resources ni yela divide jayali, ee percentage prakaranga divide jayali anna haadhi recommend jaysay body ni manam finance commission anta, maadhi union finance commission, alaage state lo gudu, finance commission appoint jays thar, dhin purpose ente state government kundna resources ni state government ki local self government ki yela divide jayali ante, ee proportion lo divide jayali anhi recommend jaysay di state finance commission, aadhi next state finance commission related next aadhi ke question ente, state finance commission ni yeveru appoint jays thar ho, state finance commission commission ni governor appoint jays thar ho, state finance commission icce recommendations term five years ante, prathhi finance commission icce recommendations ni five years var ki implement jays thar ho and state finance commission report ni koda governor ke submit jays thun dhe, so e details compulsory provisions ki hindi kusthai, in kukka common question ni compulsory provisions anit me the kalpi aadhi ke dhe intente, which of the following authorities are established under the 73rd amendment, atlanti question adote, gram sabha, gram panchayat, mandal parishad, zilla parishad, state finance commission, state election commission, ee six authorities ni first time 73rd constitutional amendment tarwa establish jays thar ho, then thar ho next set of provisions o chashe she voluntary provisions dhe ni kiindha, purnu manak three levels on nai, three levels low lowest level anit, gram panchayat ni head jays thar ho, sar panch, sar panch ni maathram direct ga elect jays thar ho, kani next two levels anit mandal parishad, zida parishad, ikkada bila chairman ni maathram indirect ga elect jays thar ho, usual ga, kani constitution name anit ondhe, ee chairman ni yala elect jay aali, indirect ta, inke danna vidhanama aad decide jaysa right state government kundundi anit ondhe, anit ondhe the voluntary provision, then thar ho, ee members chairman ga kundi, inke var anna state local self-government elections, meetings lho participate jay hiya chha, tani kansar oka vela state government talsh kundi alab jay hiya chho, for example, oka particular gram panchayat paridu loka major irrigation project ha utundi, so, dani ni complete jay aadhan ki, irrigation expert evan anna, aha, gram panchayat meetings ni, attend jay aadhan ki, state government permission ibba chho, adhi voluntary provision, then thar ho, ee next clause, third clause ehiman tundi anithe, MP, MLA, MLCs may be allowed to participate, a local MP gaani, MLA gaani, MLC ni gaani, PRI meetings lho participate jay aadhan ki, alab jay a chho, aethi ikkada uka chinna difference untu dhe, MP of loksabha leedha, MLA aethi, wala wala constituency lho, jarage PRI meetings lho participate jay aadhan ki, MP of rajasabha, MLC ki territorial constituencies unndho, atlant appudu wala ehla participate jay aadhan ki, alab jay aadhan ki, MP raajasabha kaani MLC gaani, wala ekkada uka registered voter ai unta ro, a particular local self government meetings lho participate jay aadhan ki, alab jay aadhan ki, alab jay aadhan ki, alab jay aadhan ki, alab jay aadhan ki kaani,娜 angesabha, alabJay aadhan ki, si jay aadhan ki, incumbentrica wala Government. Tharavad next reservation for BCs. Reservation for BCs, eh basis meeda, eanth percentage, ithikudah state government decide jayasthunni. Audit of accounts, money, PRA spend jayasen money ni, elah audit jayayali, yabar audit jayayali annadhikudah state government decide jayasthunni. Last point important recent exams lo aadigayarun, election disputes, anntae ukkasari elections jayasthunni. Dant lo malpractice lo gelsarani gaani edanna atlante dispute unna ppudu, illa annti disputes, PRI elections ki sambandhi nchunna disputes ni, yabar u resolve jayasthunni, anna dhi state government decide jayasthunni. Very clear ga constitution eemannt unni anntae, courts cannot interfere with the election disputes of PRIs. Election disputes ippudah ayat arayasaythayon, vaat ni resolve jayasai mechanism goda state government decide jayasthunni. Yabhi voluntary provisions. Same illaage manakki part 9 e lo gudah compulsari voluntary provisions unntae. Mulli municipality is gudah compulsari three tier structure. Yee three tier structure lo lowest level ni manam nagar panchayat anntam. Nagar panchayat annta dhokk transitional area semi urban semi rural area ni manam ragar panchayat anntam. Second level ni municipality anntam. Third level ni municipal corporation anntam. 10 lakhs kan dekko population unna areas ki maatrame vartis sundi. Madhya la unna level ni municipality annta fully developed urban body small urban body ni municipality. Semi urban body ni nagar panchayat. E three levels compulsari ga unnda ali. Tan tarwatha i three level members ki direct elections unntai. Tarwatha same reservation SCs STs on the basis of population. Reservation for women on the basis of 33 percent minimum unnda ali. Tan tarwatha elections appudu kandak ji aali. Five year tenure tenure aipay lope elections unnda ali. Minimum age to contest 21 years. Ibhi kaak unda compulsari ga kundi veri authorities annta state finance commission, state election commission. Same paat na inlo e baite unntaiya ade state finance commission, election commission. Ibhi kaak unda district planning committee, metropolitan planning committee ni kuda compulsari ga establish jee hala. Aayithi district planning committee, metropolitan committee role ainti. Uka district planning jee sate apppudu. First, prathii panchayat. A district le onna prathii urban local body, rural local body, wala wala plans ni district level lo bumpish shundi. A district level lo e planning committee, plans nandini consolidate jee sate. Uka single plan, muttam district kye ches thundi. Dandikane district planning committee important. So then role aint ainti. Anni prathii urban local bodies pumpish na plans nandini consolidate jee sate. Mix jee sate. Uka single plan radi jee aadamu dani role. Metropolitan planning committee. The metropolitan planning committee ainti. Municipal corporations ki maathrame unntai. Indu kundu unntai. HMDA is a metropolitan planning committee for Hyderabad. Greater Hyderabad Municipal Corporation. Hyderabad ainti. Uka district kaadu. Hyderabad GHMC ainti. Mora dan one district lo unntu nigabatti. Utti GHMC ki sambandhi inchi plan jee aadamu kye established hai na body. HMDA. Ala metropolitan planning committee. Ivi kampal sariga establish jee aadamu bode is. Nand tharwaath voluntary provisions under part 9a. The inklow manner of election of chairman at all three levels. Anni three levels lo chairman nela elect jee aadamu. Anni state decide jee sundi. Special knowledge unna wala ni include jee aadamu municipality lo pala. Adhi kuda state decide jee sundi. Representation of MPs, MLA's state decide jee sundi. And powers, functions and responsibilities. Schedule 12. Allo ijshna vat lal lho. Eh powers and functions, municipalities kasa hi nchehiya ali chayya koodadu. Anni decide jee sundi koda state government. Reservation for BC's audit of accounts. And resolution of election disputes. Even nih state government decide jee sundi. Iti municipality sundi sundi sundi. P.R.I. sundi sundi sundi. Talyans na details and de. Es ist ein Problem. Wir wissen, dass wir eine gute Entwicklung, dass es eine sehr wichtige Entwicklung der PRIs ist. Das ist eine große Grunde. Das ist die zweite Grund. Das ist, dass die Grumswaraaar-Gram Svaraj, die selbst-sufficiency des Villages, die Ideologie ist beher, die wir sehr wichtig haben. Das ist die British-Rule sehr national. Wenn wir die Stadt regieren, Vielen Dank. Das ist die Übersetzung der Übersetzung für die Übersetzung für die Übersetzung. Es gibt eine Frage, wenn man in Grupp 2 oder Grupp 3 fragt, dann gibt es 4-6 Fragen. Wenn wir 5 Sekretaries haben, dann gibt es 15-20 Marks. Aber es ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig. Weil wir direkt von 5 Sekretaries haben, dann gibt es 20 Marks. Dann gibt es eine große Chance. So, wenn man in Grupp 3 oder 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 Grupp 3. Dann gibt es noch ein paar Sachen. Die Grupp 3 oder Grupp 3 oder Grupp 4. Das ist noch nicht möglich. Es gibt auch die Gruppe 3. Die Gruppe 4. Die Gruppe 4. Die Gruppe 4. Die Gruppe 4. Es gibt immer noch keine Vorteile. Sie müssen immer noch mehr Details und die provisions auf dem Bereich. Die Artikel-numbers werden immer wieder verwendet. Das war es. Ihr habt noch eine Anzeige. Ihr habt euren Namen? Hallo! 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 Kabyta Sir, mein Name ist. Chikiravani, Sie können Sie sagen. Ich möchte Sie sagen. Good evening Madame. Good evening, Annette. Good evening, Madame. Good evening, Annette. Madame, ich muss noch nicht auf die Maths-Sunde, sondern noch keine Socialen-Sundheit. Ich muss noch ein paar Toppen darauf, die man mit dem A-Level konzentriert hat. Ich kann aus den Fragen über diese Weise aus und doch wissen. Ich habe einen klarer Blick. Ich bin der M.S.C. Masch. Ich bin der M.S.C. Masch. Ich bin der M.S.C. Masch. Erstens, ich bin der General Studies. Das heißt, HMWS-Law, Engineering, Engineers, Accounts, Exams, Group 2, die hier sind. Die Papers werden immer wiederholen. Die Zeit-Related-Topics werden sich über die Zeit-Related-Topics beschäftigt. So, meine Kampal-Sarie, erst einmal auf die Zeit-Related-Tops beschäftigt. Formation in vielen Bereichen. In anderen Bereichen gibt es sehr wichtig. For example, KCR ist jetzt ein Fast-Modal. Das ist ein Fast-Modal. Es gibt keine Fragen. Das sind die Bereichen. Kultur, Tribes, Tribes in Talangana ist sehr wichtig, Tribes in die Zusammenhänge, Talangana cuisine, Art, Architecture, Geografical Indication Tag, Produkte in Talangana, Pochampalli Sarees, Gullabama Chirals, Dipet Gullabama Sarees. Es gibt solche Details, nicht mehr die Chance. So, first, wir sind sehr viel auf die State-related Informationen. Dann, die Meta-Ereas, Geografie, Politik, Economy, und das Ganze ist mehr verändert. Um es wichtig in den Zeitpunkt, denn es geht einen Moment, 따�zerzeit und drei Sachen zu der Zeit. Aber viel über die Frage. Das wird den Aktuellen Fokus gescheit. Das ist noch ein sehr guter Kompration. Das gehört lange s Richtung. Dann, die zweite Phase ist die Meta-Ereas. Daher sind die Valleilung, ähnter 8-10 questions current-based current-based subject latest updates current affairs so subjective questions so next focus area current affairs third important area meta areas quality history vannis 6-8 marks mind lo prepare a general overview in the program is the details okay ma'am I have to tell you and your name and your name do you do you ask me Ramakrishna Kohdara good evening madam good evening madam about 29th madam that there is main functions madam you are in the functions Das ist alles klar. Das ist alles klar. Es gibt alles klar. Aber jederzeit, heißt das, ist die Verfolgungs-Gurauberin-Denik-Denik-Responsible, die St. Lighting, Sanitation, Primary Education, Disability. So diese Funktionen wird also weiter. Water, Drinking Water, Health Care, ist das auch weiter. Das ist alles klar. Das ist keine Frage. Das ist eine Frage. Das ist eine Frage. Wenn ich meine Namen habe, dann habe ich eine Frage. Hallo. 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 Frau, ich möchte Sie Ihre Fragen haben. Ja. Frau, ich möchte die Frage. Das ist eine Frage. Das ist das eine Frage. Das ist ein Fische. Das ist eine Frage. Ich möchte gerne einmal fragen. dass die andere anderedrücken. Das gibt es eine Frage. aber es gibt alle Meetha-Wal-Kenderal-Studies in Englisch. Die Office of District Collector was established in 1772 by Warren Hastings. Das ist wichtig. Der General war Warren Hastings. Ja, Warren Hastings. Wenn wir die Frage stellen, dann müssen wir die Frage stellen. Und die Antwort ist, Warren Hastings. Das ist richtig, Ma'am. Wenn Sie in den Jahren sprechen, sind Sie in den Englisch? Sie wissen, Sie wissen, dass Sie in die Frage stellen. Sie wissen, dass Sie in die Frage stellen. Sie wissen, die Frage stellen ja, dass Sie in den Fragen stellen. Sie wissen, was zu tun das? Sie sehen, wurde ein paar Frage kommen? Also haben Sie in den Gulen gesprochen, die Frage zu tun, dass Sie die Frage stellen. Daher ist, nachdem Sie in den Nielern zum Beispiel, über die Frage stellen. Das ist, dass sie die Frage stellen und die Frage stellen, dass Sie die Frage stellen, die Frage stellen, dass Sie die Frage stellen. Also die Frage stellen, über die Musik des Spielen, in den Telenkans, über dieiles인지 betrachten stellen. Ihr wisst, dass Ihr angenehm anstet, sondern es ist angenehm. Wir haben die Einstunde, wenn Ihr Namen, dann stellt sich eine Frage auf die Frage. Wo sind Sie die Frage? Ich sage es. Ich sage es ist ein Thema. Ich sage es, ich habe das Gruppe 3 das in der Gruppe. Ich sage es. Ja, bitte. Okay, meneer TV-Valiume Purtria-Dagin-Jetsen-Durga-Garu. Mataan-Di, Meadam. TV-Judekan-Di. Group 3-Exam-Rasan, Meadam. I will say, what is the cutoff mark? I will say, what is the cutoff mark? You are the APPSC panchayat secretary's exam. Cutoff? Correct, right? You can introduce negative marking. So, you have cutoff 50 to 55. I have paper juice. There are chances that 50 to 55. Okay, thank you, Meadam. Right, ma'am. I am a non-social maths. Do you have any problems? Basically, last time I said, there is a mental block, non-social, Greek and Latin. Frankly speaking, we are in the school. We are in the school. We are in the school. We are in the TV. So, we know our president and prime minister. We have to know some effort to do what they do. So, i am a non-social health. So, we are in the school. By heart, we can also learn a lot of fear. Generally, if we are in the school. There is a lot of answers. It is very easy to ask. It is not a subject by heart, related to it. Correct. Ja, das stimmt. Jetzt geht es um Schedule und Functions. Das ist ja, wir haben uns nicht mehr als Schedule. Ja, wir haben uns nicht mehr als Schedule. Schedule 11 ist PRS, Schedule 12 ist Municipalities. Wenn wir ein paar Mal schauen, dann gibt es die Schedule 11 und 12 gibt es. Es gibt nicht mehr als Schedule. Ja, es gibt nicht mehr als Groups. Ja, es gibt keine Chance. Ja, wir haben einen guten Tag. Wenn du jemanden möchtest, dann gibt es eine Frage. Hallo. Hallo, gut afternoon. Hallo, gut afternoon. Hallo, meine Damen. Ich bin Karin. Ich bin in Section 1, die in General Studies steht. Die Indian Constitution steht. Ich habe das. Es gibt die Social-Exclosion, Gender-Science, Environmental-Issues, und andere. Ich habe das nur 50 Mark. Wenn wir nur 50 Marks stehen, dann sind wir die Ecke Marks? In der Verkaufnahme, es gibt die 50 Marks. Aber wenn es nicht 50 Marks gibt, dann gibt es ein paar Fragen. Weil es in einem Grupp hat, die Talangana Geschichte gibt, hat 20 Marks in der Bausten Syllabus. In der Bausten 2, in der Bausten Seite, hat 55-60 Fragen gestellt. Wenn es nicht 50 ist, dann gibt es ein paar Fragen. Wir sind 100 Jahre alt. Das ist wichtig, dass wir uns in den letzten Jahren wiederholen. Das ist wichtig. Hallo. Hallo. So, wenn Sie die Frage stellen, dann können Sie die Frau anrufen. Wenn Sie sich die TV öffnen, dann sprechen Sie. Hallo. 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 Good evening. Good evening ma. Tell me. Hallo. 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 Ich kann es nicht sagen. Ich kein flewer zum Thema. Ich habe eine manquee Frage. Die Frage ist 음fone. Ich kenne die mich. Ich kann es zu tun. Ich kann es zu tun. Ich habe eine Frage. Ja, das ist auch ein Thema, Herr. Ich weiß nicht, dass wir jetzt die Geografie haben, sondern auch die Geografie haben. In der General-Studie haben wir die Geografie gewonnen. Wir haben die Prelimen über die General-Studie gewonnen. Wir haben die Geografie gewonnen. Das geht immer weiter. Das geht es für heute. Heute geht es, wie ist das? Was ist das Bound? Es hat es noch mehr Zeit. Das ist meine suggestion. Wenn ich jemanden oder wissen muss, ist, dass er eine Verkaufnahme bei den Chatwadaan ist. Das ist das beste ist das es aus der Markt. Das ist das beste. So, wenn man die Präcktes zu machen, kann man es nicht mehr als Standard publication machen. Wenn man es nicht mehr zu machen will, Es ist nur eine kompetitive Examen. Die Ausbildung, die auf die Ausbildung, ist, dass etwas von der Ausbildung und viel von der Ausbildung anざnt. Wenn wir nicht ein Geheim-Ansolvenlernen wollen, dann gehen wir nicht in den Exams. Wir haben nicht ein Geheim-Ansolven, sondern wir müssen erstně nicht ein Geheim-Ansolven, sondern wir müssen auch eine Teil-School sein. Das ist Teil-School. Der Teil-School ist eine Kampal-Sarie-Praktiz. Es ist eine Kampal-Sarie-Exam. Und jetzt ist es ein Kampal-Sarie-Ansolven. Es ist sehr wichtig, wenn ich ein Lapses habe und die Preparation habe. Okay, Ma'am. Maraukalar Arunarum. Mein Name ist, wenn ich meine Damen und Herren? Hallo? 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 Ich bin auch Einmal für die andere zu sprechen, Um die 74er Ammler zu sprechen und die andere Informationen aufzeichen? Ich sage die 74er Ammler, meine Creatorberatung haben, dass es die 74er Ammler zu und die Sachenola, die Ärzte ist. 잊gos Beispiel zwischen den 74er Ammler und die 74er Ammler. Ich will dir jetzt, was die 74er Ammler an den Details? Ich möchte mir das, was ich bei 74er Ammler stellen, in. Es gibt, dass es die 75er Ammler zu sprechen. Die 78er Ammler komplett aufzeichen. Es gibt die 74er Ammler bei den 75er Ammler. Ich finde das auch ein guter Beber. Die 74er Ammler blown heute. Das ist eine große Frage, wenn man die Begründung auf die Begründung kommt. Telefon. Guten Morgen. Guten Morgen. Zie Sie, Kommt, auf Sie? Ja, Kommt. Du bist nur 19 bis 20 Uhr. Das ist. Wenn man sich die Runde auf die Städte und auf die Wurröhne und auf die Fläche auf die Verbreitung, dann sieht man das die Standard Book. Wird man mit dem Civic mit den Zweckern? Was ist das, was ich benutzt? Es gibt noch keine eigenen Bücher, die man nicht mehr ausprobieren kann. Man kann nur noch ein paar Fragen anzeiten, die die Standards und die Standards auf den Fragen zu nutzen. Man kann nicht nur einen Bücher ausprobieren, die man nicht mehr ausprobieren kann. So, jetzt kommt ein Buch aus? Es gibt noch ein Buch, die man nicht mehr ausprobieren kann. Man kann auch ein Buch ausprobieren. Man kann auch ein Buch ausprobieren, aber es gibt noch einige Zeit. dass man die Bicke auf die Bicke auf die Bicke geht. Als wir schauen, gibt es auch die Student's Begrüß. So in Katalanta gibt es viele, dass es in der Englisch gibt, dass es auch die Bicke auf die Bicke ist. Es gibt also Bicke, die Bicke sind die Bicke. So haben sie 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 die Bicke sehr gut. So haben sie die Bicke auf die Bicke. Was gibt es die Bicke? Das ist ja auch nicht so. Wenn man einen anderen Korrekter hat, dann ist das Gefühl, dass man einen anderen Korrekter hat. Das ist ein Gefühl. Das ist ein bisschen. Es ist nicht so, dass es so viele TSPSE-Pathen sind, dass es so viele Publisher gibt. Es gibt keine Fragen, dass es nicht so viele Fragen gibt. Es gibt eine Frage, die erste Frage, die zweite Frage gibt es. Es gibt auch die Frage. In fact, es gibt auch die Es gibt auch in der Zeit, die öffentliche Informationen geben. Okay. Das war eine Frage. Wenn Sie drei kommitteilinnen sind, dann haben Sie die Frage über die Frage? Das ist die Frage. Die Frage ist, welches kommitteil sind? Die Frage ist, welches drei kommitteil sind? Das ist gut. Nach dem A-Committeil hat drei Strukturen Rekommend. Danach ist das der Balevandrai-Mahita-Kommitteil. Der Balevandrai-Mahita-Kommitteil ist die Ashohk-Mahita. Als nächstes ist der Kommissar-Konstitution in der Kommissar-Konstitution. Das stimmt. So, wenn wir jetzt die Zeit, wie wir die Zeit haben? Wie ist die Zeit? Es gibt eine Zeit, wenn wir die Zeit haben, wenn wir die Zeit haben, dann ist es nicht möglich. Wir haben die Zeit, Wir haben nicht mehr die Aufmerksamkeit, die wir uns auf die Präparation und die Geschmacken gemacht haben. So, wir müssen jetzt ein paar Projekte wieder beenden und wieder darauf an, etwas zu practice. Okay, und jetzt das Thema. Da gibt es noch ein paar Tape, wenn du noch nicht, es gibt es schon wieder, es gibt es auch ein paar Sachen. Und wenn du mit der Veranstaltung gekommen bist, ist es auch ein paar kleine Szenen. Ich habe also gesagt, dass wir in der Local Self-Government sind, dass wir es auch ein paar Dinge verankt haben. Ich bin sicher, dass ich die Fragen zu stellen. Wenn ich die Fragen zu stellen, dann gibt es einen Antwort, die Antwort auf eine Frage zu stellen. Wenn ich an die Talangana, wie es ist, wie es gibt, 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 wie es gibt. Das gibt es die Daten. Die Daten werden auf der Talangana auf der Government Website gesucht. Das ist es auch die Frage. Dann wird es auch die Rastra-Mochinale. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020